Servus Monster Hunter Freunde, heute möchte ich euch zeigen, wie man an viel Geld kommt. Ich bin jetzt hier bei einer Million und habe wirklich gar keine Geldnot. Viele Leute haben danach gefragt, wie man ja an so viel Geld kommt. Das ist relativ einfach und das möchte ich euch hier in diesem Video zeigen. Die erste Möglichkeit schnell an Geld ranzukommen ist, man verkauft Monster Materialien. So habe es ich gemacht, so bin ich auf die eine Million hochgekommen. Das ist wirklich sehr schnell und sehr einfach, denn man farmt sowieso die ganze Zeit in Monster Hunter irgendwelche Monster, um halt an seltene Materialien ranzukommen. Man bekommt ja auch immer andere Materialien, die nicht so selten sind und da haufen sich wirklich richtige Batzen an und die kann man dann verkaufen und man bekommt da wirklich gut Geld. Oder man farmt auch immer wieder in der freien Welt nach Knochenhaufen oder auch nach irgendwelchen Erzen und ich hatte da wirklich ultra viele und die kann man einfach verkaufen. Das möchte ich euch jetzt hier zum Beispiel zeigen. Wir gehen jetzt hier einfach auf Objekte verkaufen, gehen ganz rüber auf die Knochenhaufen und hier habe ich wirklich schon ein bisschen aussortiert. Hier kann man wirklich so viel verkaufen. Ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich im Schnitt 20 bis 30 Sachen behalten habe. Alles was drüber ist, ja das ist einfach zu viel. Das braucht man nicht, weil man farmt immer wieder mehr und es bringt da nichts, wenn man 500 Knochen oder so hat. Ihr seht hier zum Beispiel Monsterknochen L, da behalte ich normalerweise 30 und ist jetzt hier schon wieder bei 88 und wenn man dann hier zum Beispiel schon welche verkauft, sagen wir wir verkaufen jetzt hier 40 Sachen, dann seht ihr schon, ich bin bei 16.000 Gold und Monsterknochen, der größte L, ist jetzt auch nicht so schwer zu bekommen. Dann geht es hier natürlich auf den nächsten Seiten weiter. Ich konnte natürlich hier oben, hier hat es zum Beispiel auch wieder 100 Knochen. Man sieht, ich kriege hier 500 Gold für einen Knochen und ich brauche keine 100 Knochen. Niemals, da kann man locker 50 verkaufen oder 60 und ihr seht, ich bin schon bei 30.000. Und so kann man sich ja relativ schnell Geld verschaffen und man braucht ja wirklich keinen großen Vorrat. Ihr seht es auch hier wieder bei den Ärzten, ebenfalls 140 Stück brauche ich niemals. Es geht natürlich auch um seltene Objekte, die man mit der Zeit einfach lootet. Das dauert aber länger, die habe ich natürlich hier überall verkauft. Aber ihr seht hier, bei mir ist die meisten Sachen so, sind um die 30. Ja, hier zum Beispiel auch wieder hier 21. Einfach so einen gewissen Vorrat würde ich halten, aber alles was zu viel ist, könnt ihr einfach verkaufen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch keine Monstermaterialien mehr habt oder ihr wollt sie irgendwie nicht verkaufen, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar würde ich einfach besondere Quests abschließen. Zum Beispiel, was ich am Anfang gerne gemacht habe, ist, ich habe den Barot gefarmt. Ich weiß jetzt gar nicht, hier ist er zum Beispiel. Der gibt 7200 Zenny. Das ist wirklich ganz gut und der Kollege liegt in 5 Minuten. Und zudem habt ihr noch eine Chance, auch einen Edelstein zu looten, den ihr separat nochmal verkaufen könnt oder halt auch später braucht, um Sachen aufzuwerten. Und so habe ich am Anfang richtig viel Geld gemacht. Ich habe mich da eine Viertelstunde hingesetzt, den dreimal gefarmt. Dann hatte ich auch meine 21.000 Zenny. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ihr schnell an Geld herankommen könnt. Ihr müsst einfach den Tieren oder den Monstern immer, ja, Knochen brechen oder ihr müsst die Fußspuren einsammeln und dann bekommt ihr hier Untersuchungen. Und teilweise geben die Untersuchungen hier auch richtig viel Geld. Die sind natürlich jetzt hier etwas schwerer für euch. Muss ich mal weiter nach hinten blättern. Hier seht ihr zum Beispiel auch, dass man hier, ja, sehr viel Goldloot bekommt. Hier kann man dann auch nochmal mehr Materialien rausholen, wie auf den normalen Quests. Oder wenn es ein bisschen weniger Goldloot gibt, kann es auch sein, dass die Summe von den Belohnungsgeldern etwas höher ist. Hier zum Beispiel 26.000. Und so kommt man wirklich gut an Geld ran. Und man hat normalerweise nie Geldnot. Vielleicht so am Anfang ein bisschen. Dann habe ich paar Mal den Barot gefarmt. Dann war die Sache wieder geritzt. Oder man verkauft wirklich die Monstermaterialien, wo man wirklich zu viel hat. Und so kann man richtig viel Geld machen. Und so bin ich auf die eine Million hochgekommen. Das geht immer plus, minus, immer wieder weiter nach oben, weiter nach unten. Aber wenn man so im Endgame unterwegs ist, hat man eigentlich sowieso keine Geldnot mehr. Weil man farmt die ganze Zeit und kriegt da so viel Geld zusammen, dass man eigentlich nie Geldnot hat. Ich würde mich über einen Daumen freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wer mehr sehen will, abonniert einfach meinen Kanal. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.